Ich freu' mich lang nur auf diesen Abend Nichts, wohin ich lieber geh' Kein anderes Fest ist so lustig wie Der Maskenwald von Menderley Das Fest Nummer 1 ist bei dir und hier Der Wald von Menderley Guten Abend Maxim, wo ist ihre leitende Frau? Oh, die macht es heute besonders spannend Sie wird uns alle überraschen Auch mir hat sie mich beraten In welchem Postum sie erschreckt Sie hat sich irgendetwas fantastisches Schneiderlass nicht an Meiner Ahnung, kommen Sie Sind Sie ein Schatz? So ein hauer Glatscher, nein Ich bleu' mich lang nur wein' so geh' Einleitende Jaffe, die Hans, Marie Einmassen, einwein Und Männer, Weg Hatschig und wir lassen Die heut' Mal teilen Dass sie lieben und weinen Nach wohl sein Und wenn es später So ein bisschen Heute dauert ein bisschen wie Wohlsein, macht Herrschaft, macht Freizeit und sagt, so viel zum Teil von Ende ist. Wenn wir hier kommen, was ist, so verankt ist, wie er euch macht, der bleibt uns klar, dass wenn du weißt, ist dein Leben, der Teil von Ende ist. Herzlich willkommen, Miss Sven-Otter, wie war die Reise? Ich frage sie nicht, ich bin immer noch sehkrank. Darf ich Ihnen einige meiner Gäste vorstellen? Ich stehe hier sogar drauf. Wer ist in der stadtlichen Bank hier drüben? Oberst Julian, Chef der Bezirksverwaltung. Ist er ledig? Verwittelt. Dann ist er sein Glückstag heute. Hat einer seine Frau begraben, muss er eine neue haben, und keiner könnte besser sein als ich. Und wenn ihr auch Leute, Männer, wer, mit Schloss und altem Wackler, selbst wenn der Kind sein gern noch wär, erfinden nichts Besseres als mich. Ich weiß, was ich will, und ich bin nicht diskret, ich möchte, dass man nichts versteht. Außerdem bin ich reich, mit der Tränen-Wack-Kohle in der Kräle. Und in meiner Seele singt ein Tastfotron, denn ich bin von Koppelsfuß, amerikanisch. bh check. In unten bleibt der Mann an sich so vertrotten. Wenn ich halte nur, ja, du bin dann, schon finde ich los, es hör mir keine Lange. In senMay, Musik Das Paradiespäde auf dem Kenntnis, was ich könnte machen. Das ist aus-Dip-Ruf! Hey! Mensch, Beatrice, brauchst du noch rein? Bitte mich, ich bin doch nicht so weit. Warte unten auf mich. Es soll eine Überraschung sein. Was kommst du denn? Ich platze mal rein hier. Ach, Platz nur. Niemand wird mich erkennen. Mexikin hat den Schock seines Lebens gefasst. Warten Sie zu, dass du fertig wirst. Alle Gäste sind schon da. Sternenstaub im Morgen, Gärchen und Doma. Ich seh' mich an und kann's kaum glauben. Diese Frau im Spiegel, bin das wirklich ich. Alle werden nach mir sehen, geheimnisvoll und schön werd ich strahlend in den Waldsaal gehen. Seht nur, da kommt die Dame in Weiß. Und ich schweb auf Musik Du sag, dieses meinte Leidraum wird heute wahr. Werde ich zu mir auf mit Sie und ich seh' mich in jedem Blick. Es gibt keinen, der mich nicht bewundert und nichts, was mich hält. Einmal im Leben bin ich, wie's mir gefällt. Heute Nacht verzauert die Welt. Klamis, versteht dich auf der Garnachie und schaut, wo's Gelände, ob wirklich alle da sind. Ich will die Letzte sein. Sie sollen alle sehen, wie die Dame in Weiß die Treppen herunterkommt. Meine Damen und Herren, Mrs. Brüinter. Verflucht. Was zum Teufel sei das? Bist du verrückt geworden? Wieso, was ist denn? Ihr Kostüm, das Heldbetrug Rebecca letztes Jahr. Zieh dich auf. Verschwinden wir fort. Nein. Rebecca, es geht nicht ohne dich, und ich bin nicht ohne dich. Aber jetzt ist es nicht ohne dich. Rebecca, ich bin bei der Letzte. Aus dem Schatten, die Sitzung, 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 Untertitelung des ZDF, 2020